Hallo ihr da draußen, hier ist der Kreuzcenter Crusher und heute wollen mich drei seriöse Firmen mit den Buchstaben I und P im Namen überzeugen, mein Geld bei ihnen zu verbrennen. Ob es klappt, seht ihr in den folgenden Minuten. Viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's los. Hallo? Ja, hallo, spreche ich mit Paul. Ja, und der Nachname? Äh, Zug Schmiedmeier, steht bei mir hier. Ja, das ist richtig. Genau, es geht um folgende Sache, äh, falls was los ist, ich heiße Markus Ehlert, Account Manager für Trading Plattformen. Es geht um folgende Sache, ähm... Für welche Trading Plattform? Ich? Ja, für welche Trading Plattform? Na, ich bin von der Plattform IP Capital Limited. Wie, wie, wie schreibt sie das? Das ist eine Frage. Groß I, Groß P, dann Capital mit C und Limited. So wie limitiert auf Englisch. Kapi-tal... Am Blick schreibt gerade nicht, so. IP und Groß und Klein spielt ja keine Rolle. Nee, wenn Sie wollen. Punkt Limited. Genau, Limited. Also wie limitiert auf Englisch. Ja, Punkt Limited. Ja. Okay. Also, es geht eigentlich um folgendes, dass Sie eine Anfrage am 9.11. hinterlassen haben und ich rufe Sie an, um zu fragen, wie es heute aussieht, ob Sie wollen oder nicht wollen, sich anders überlegt haben. Ja, ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma im Prinzip. Naja, ich kann Ihnen kurz, die kurze Schritte sagen, wie es ging. Beispielsweise, Sie würden jetzt sagen, ja, ich will. Dann schicke ich beispielsweise per E-Mail Ihnen einen Link zu, den Link würden Sie ausfüllen. Dann würden Sie was überweisen und ein Screenshot von der Überweisung machen. Das würden wir an den Finanzberater weiterleiten, welcher sich mit Ihnen in ein bis zwei Tagen in Verbindung setzt. Und das wäre es dann auch. Ja gut, aber erstmal weiß ich ja noch nichts über Ihre Firma. Ich weiß, wo sitzen Sie denn? In welchem Land? London. Ah, Sie sitzt in London. Okay. Gut. Ich selbst, ja. Ja gut, okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Gut, und weil ich finde Ihre Webseite nicht unter dem IP Capital Limited. Habe ich eingegeben, gibt es nicht. Ist zurzeit neu, kann ich nur sagen. Deswegen. Bitte? Es ist einfach neu. Ja, aber Google findet Ihre Webseite nicht. Da kann ja ich ja nichts tun. Ich bin nur der Account Manager. Ja gut, aber. Meine Aufgabe ist es, die Kunden anzurufen und zu fragen, Aktivierung oder nicht Aktivierung. Ja, wenn man Ihre Webseite nicht findet, warum soll ich dann aktivieren? Also IP Capital.Limited und dann noch irgendwas, eine Domainendung dahinter, .com oder irgendwas. Nein, ich kann nur sagen, wie die Firma heißt. Ja, nee, ich habe ja nach der Webseite. IP Capital Limited. IP Capital Limited. Genau. Und falls Sie die Webseite wissen wollen, dann kann ich auch gleich sagen, Sekunde. Ja, das wäre doch wichtig, sonst kann ich die ja nicht finden. Ja, ja. IP Garte Trade. Was? IP was? IP Gate Trade. Ah so, IP. Ach so, IP. Garte Trade. Also, falls Sie es ja nicht wissen können. Garte Trade. Und das wird sie, glaube ich, auf die entsprechende Webseite weiterleiten. Gucken wir einfach mal. Ist ja kein Problem. IP Gate Trade. Und die geht es weiter? IP Gate Trade. Und dann .de. Punkt.com. Ah ja, okay. Gut, dann haben wir das doch schon mal. Gut. Ist doch gut. Ja. So. Haben Sie was gefunden? Nee, der Rechner ist gerade ein bisschen langsam. Macht ja nichts. Windows 98er? Nee, nicht so ganz. Aber das Internet ist halt nicht so schnell. Gut. Und Sie sind aus London als Ihre Firma? Genau. Okay. Und. Augenblick. Naja gut, okay. So, Sie sind aus London, sagten Sie. Genau. Gut. Und wie lange gibt es Ihre Firma schon? Sind Sie eine erfahrene Firma? Also ich kann nur sagen, wie lange ich in der Firma arbeite. Nee, nee, nee. Das interessiert ja nicht. Als Firma interessiert mich, wie lange es Ihre Firma schon gibt. Das, um ehrlich zu sagen, Herr Zugschmiedmeier, weiß ich selber nicht. Weil ich erst vor kurzer Zeit angefangen habe. Ja, das wäre auch für mich schon mal sehr interessant. Na ja, ich sag mal so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, deswegen. Ja, aber mich macht das heiß, wenn ich etwas, wenn ich mich irgendwo, irgendwo Geld anlegen will, dann möchte ich auch wissen, bei was für einer Firma. Ja, IP Tradegate. Ja, gut, aber das sagt mir noch gar nichts. Wenn ich nicht weiß, wenn Sie eine nagelneue Firma sind, dann muss ich das entsprechend bewerten. Gut, wenn Sie sagen in England, dann sind Sie wo reguliert und registriert? In London. Ja, und bei wem? Na ja, bei der Firma, aus welcher ich Sie gerade anrufe. Nein, nein. Sie sind ein Finanzdienstleister. Richtig? Account Manager, genau. Ja, ja, nicht Sie persönlich, Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister. Genau, unsere Firma ist eigentlich eine Plattform, beziehungsweise eine Firma, die eine Plattform für Trading und Banking, Investitionen, etc. Plattformen bietet. Gut, und so eine Firma muss ja irgendwo auch registriert sein und reguliert sein. Theoretisch, ja. Ja, und praktisch möchte ich gerne wissen, bei wem? Naja, das müsste dann ich Sie jetzt selber suchen. Ja, dann suchen Sie doch einfach mal. Sag mal so. Na, ich habe, sage ich mal, auch andere Kunden, die es ein bisschen mehr interessiert sind. Ja, dann werden Sie mich als Kunden nicht gewinnen können. Na ja, ganz ehrlich, Sie wurden ja, glaube ich, schon in der Vergangenheit ein bisschen sehr oft angerufen. So circa elf oder zwölf Mal, falls ich mich nicht täusche. Das weiß ich nicht. Also, ich schon, bei mir steht hier einfach nur in den Kommentaren. So das letzte Mal elfter Anruf. Ah ja, das ist doch schön. Dann haben wir ja genau den richtigen erwischt. Na ja, wenigstens nehmen Sie bei mir ab. Deswegen, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Leute ich anrufe und die mir mit sehr schönen Worten sagen. Ich verstehe Sie gerade nicht. Sie haben Aussetzer. Sie haben eine schlechte Telefonleitung. Aber ich weiß ja schon, Sie rufen über das Internet an. Ich weiß, ich kenne den Spaß schon. Sie sind eine ganz normale Scammer-Firma. Also Scammer würde ich nicht sagen, Herr Zugriff. Ich würde das aber sagen. Ja, wieso? Dann haben Sie denn mal was versucht zu investieren? Nein, brauche ich nicht. Ich informiere mich vorher. Okay, und wo haben Sie sich informiert? Ach, im Internet gibt es jede Menge Informationsmöglichkeiten. Da kann man überprüfen, wie alt eine Plattform ist. Da kann man überprüfen, wo sie registriert ist. Im Internet wird auch geschrieben, dass im Höhle der Löwen auch eine Abzocker-Firma ist. Trotzdem läuft es über Vox. Höhle der Löwen ist keine Abzocker-Firma. Höhle der Löwen ist eine Sendung. Ja, ja, Höhle der Löwen ist aber gelesen, dass bei Vox irgendeine so Abzockmasche passiert sein soll, Tee. Nee, das ist nicht bei Vox. Das wird nur so getan, als wäre das Vox. Das ist genauso Scamming wie das, was Sie machen. Na, ich scamm ja nicht. Doch, doch, natürlich. Sie arbeiten in einer Scamming-Firma. Das kann ich leider nicht sagen oder bestätigen. Aber ich kann das sagen. Na, Herr Zugschmidt-Meyer, wenn Sie das sagen würden, dann könnten Sie ja sagen, okay, passen Sie mal auf, Herr Ehlert, ich war mal bei dieser Firma, ich wollte investieren und dann wurde ich dreist abgezockt. Dann könnten Sie sagen, okay, deine Firma ist Abzock-Firma. Nein, ich werfe doch mein Geld nicht aus dem Fenster, wenn ich vorher weiß, dass das eine Abzock-Firma ist. Okay, ganz andere Frage, Herr Zugschmidt-Meyer. Wenn das eine Abzock-Firma sein sollte, warum haben Sie denn eine Anfrage hinterlassen? Ja, um genau solche Scammer-Firmen festzustellen. Okay, und haben Sie fast gestellt, dass meine Firma eine Scammer-Firma ist? Ja, dann sagen Sie mal ein Beispiel. Ja, allein Ihre, dann googeln wir doch nochmal. Ist doch ganz schnell. Ich kann Ihnen auch per Mail die ganzen Infos nennen, wenn Sie wollen. Ach, brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Die Informationen, die kriege ich auch so. Das ist ganz schön. Ja gut, dann gehen wir doch einfach mal ein. Das erste ist gleich Betrug bei IP-Gate Pro. So, so einfach funktioniert das. Naja, das ist leicht zu sagen. Ich sehe es ja nicht, was Sie da gerade eingegeben haben. Ja, dann googeln Sie doch mal selber. Einfach mal IP-Gate-Trade.com Erfahrungen eingeben. Gate, gerade... IP-Gate-Trade.com Erfahrungen. Ja, ja, ich gebe es ja schon an. Erfahrungen. Ah, sehe ich schon. Ja. Rückblick, betrogen worden, Geld zurück. What is IP-Gate-Trade.com? Ja, sehe ich schon. Ja, genau. Schauen Sie mal, nur bei anwalt.de zum Beispiel. Ja, ja, ich habe es ja gerade offen. Oder Broca zahlt nicht. Jede Menge. Und das sind alles bestätigte Geschichten. Sie sind eine Abzockerfirma. Okay, finden Sie, das wäre Abzockerfirma auch nur, wenn es beispielsweise jemand versucht hat zu traden, aber nur einfach nur, wie er es das Pension hatte? Ja, das ändert ja nichts daran, dass die Firma eine Abzockerfirma ist. Ob man nun getradet hat oder vorher schlau wurde und nicht angezahlt hat, das ändert ja an der Firma nichts. Ah, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich aber. Also, ich wurde zum Beispiel zur Zeit noch nicht abgezogen. Ja, da würden Sie auf jeden Fall sagen, wir haben ja Glück gehabt, Herr Eblatt. Ja, Sie arbeiten ja auch nicht, Sie investieren ja auch nicht bei Ihrer eigenen Firma. Das dürfen Sie ja gar nicht. Ja, wieso? Ich habe doch investiert, fast genauso einen gleichen Anruf bekommen, welchen Sie gerade bekommen von mir. Und da habe ich auch genauso reagiert. Ich lasse mich bei Ihrer eigenen Firma. Naja, so ähnlich habe ich gesagt. Ja gut, aber dann. Ich kann mich jetzt selber nicht erinnern. Und wo haben Sie das dann gemacht? Internet. Ja, nein. Bei wem haben Sie investiert? Ja, wenn ich das jetzt sagen würde. Ja, machen Sie es doch einfach. Ist doch kein Problem. Ja, aber ich würde es in der Briebe nicht sagen. Dann sage ich Ihnen, ob das eine Abzockerfirma ist. Sehen Sie? Da kommen Sie schon in Erklärungsnot. Nee, ich komme nicht in Erklärungsnot. Ich denke einfach nur nach, weil es ein bisschen her ist. Ach, ja, okay. Dann denken Sie ein bisschen länger nach. Dann sagen Sie es mir einfach. Dann sage ich Ihnen, ob das eine Abzockerfirma ist. Aber wenn Sie ja damit gute Gewinne gemacht haben, dann werden Sie das ja sagen können. Na ja, ich sage mal so. Es gab zurzeit Gewinne. Es gab aber auch manche Absturze, sage ich mal so. Ja, und haben Sie sich schon Geld ausgezahlt? Haben Sie sich schon Geld ausgezahlt? Bekommen, meinen Sie? Ja. Geld von dem Trading-Konto ausgezahlt. Genau. Ja, okay. Dann können Sie das ja sagen. Das ist ja das Witzige. Du machst einfach eine Anfrage. Dann bekommst du extra so ein Konto. Trading-Konto beispielsweise. Und du kannst jederzeit sagen, okay, will ich oder will ich nicht mehr. Und die Summe bekommst du dann ausgezahlt. Je nachdem. Ja, und das hast du gemacht. Du hast also Geld bekommen, als du es auszahlen wolltest. Als ich es ausgezahlt haben wollte, ja. Ja gut, dann nennen Sie mir doch mal einfach, welche Plattform das war. Vielleicht finde ich dann ja eine seriöse Plattform. Also ich habe beispielsweise in die Bitcoin investiert, vor fünf Jahren. Ja, und bei welcher Firma? Bei derselben, von der ich gerade Sie anrufe. Nein, nein. IPGateTrade.com ist eine Abzockerfirma. Da wird nichts ausgezahlt. Da müssen Sie nur im Internet gucken. Was soll ich denn im Endeffekt eigentlich bei Ihnen schreiben? Kein Interesse, nicht mehr anrufen oder sowas? Nö, Sie können mich gerne weiterhin anrufen. Kein Problem. Aber warum sollte ich das denn, wenn Sie beispielsweise kein Interesse haben? Ja, ich habe immer ein Interesse daran, Abzockerfirmen loszustellen. Die werden alle schön auf YouTube veröffentlicht, damit die ganze Welt sieht, dass sie eine Betrügerfirma sind. Und das machen ja nun auch nicht nur ich, das machen noch ganz viele andere Leute. Und selbst Rechtsanwaltskanzleien haben sie schon getestet und für negativ gefunden. IP Tradegate, oder was du meinst? Ja, immer noch dasselbe, ja. Okay. Und haben Sie Spaß dabei beispielsweise? Oh, natürlich. Vor allem habe ich Spaß dabei, über die Machenschaften Ihrer Firma zu berichten. Das macht mir sehr viel Spaß. Abzocker loszustellen. Das ist auch sehr gut. Ja, Betrüger loszustellen. Genau. Das ist mein Weg. Aber eine kurze Frage, Herr Schmidt-Meyer, verdienen Sie denn auch irgendwas? Dabei kommt es nicht auf das Geld an. Ich bin anders als Sie. Sie wollen nur das Geld haben. Ich mache sowas aus Spaß. Ich habe es nicht nötig, Geld damit zu verdienen. Ich mache das nicht, damit ich Geld verdiene. Ich mache das nur, weil ich Account Manager bin. Ja, und das machen Sie kostenlos. Okay. Ja, kostenlos ja nicht. Es gibt ja einen Betrag, welchen du bekommst, für einen Monat, was du machst. Ja, eben. Das ist Geld verdienen. Das nennt sich Geld verdienen. Also machen Sie das wegen dem Geld. Naja, die Polizei beispielsweise klopft auch einfach so auf Leute ein, auf Demos. Aber trotzdem kriegt sie auch Geld. Ach, ach, ach. Okay, alles klar. Jetzt vergleichen Sie sich mit der Polizei. Okay. Ja. Sie sagen ja, ich bin ein Betrüger. Sie merken gar nicht, wie albern Sie sind, wie lächerlich Sie sich machen mit dem, was Sie sagen. Ja, Herr Schmidt-Meyer, lächerlich ist es ein bisschen mit so ein Hobbys zu machen. Oh. Ja, ganz viele Leute sehen das anders. Ganz viele Leute sehen das anders. Gut, die ganzen Leute in den Call-Settern, die betrügen, die sehen das natürlich wirklich anders. Die sagen, wir machen Scheiß. Aber ganz viele Leute sehen das anders. Okay. Ja. Alles, was seriös ist, findet das gut, was wir machen. Naja, aber wenn Sie es über YouTube machen, kann ich ja nicht sagen, dass Sie damit Geld verdienen. Ich glaube, erst ab einer Abonnentenzahl über, lassen Sie mich nicht täuschen, über 2000 kann man erst, wie ist es, Monetarisierung machen. Ja, und, aber das interessiert mich ja gar nicht. Ich mache es ohne. Ich mache das auf Partei. Ich sagte doch, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich habe genug Geld. Also ganz ehrlich, wenn ich beispielsweise so etwas machen würde, dann würde ich lieber Monetarisierung... Ja, und jetzt höre ich Sie schon wieder nicht. Hallo. Ich höre Sie gar nicht mehr. Hallo. Na, hat man Ihnen den Saft abgedreht? Ja, hat. Hat man. Ja, das ist richtig. Hier spricht Katharina Weichert. Ich bin der Accountmanagerin von Trading Platform. Ich habe bemerkt, das haben Sie sich auf unserer Börsenplattformen gemeldet. Ja, wie war Ihr Name nochmal bitte? Ich habe den schlecht verstanden. Mein Name ist Katharina Weichert. 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 Haben Sie schon Erfahrung in diesen Bereichen? Haben Sie schon Trading probiert? Nee, das habe ich noch nicht. Noch nicht? Okay, ja. Das Problem ist, dass 90 Prozent von unseren Kunden keine Erfahrung haben. Okay, schauen Sie, wir sind ein freiwirtschaftliches Finanzunternehmen und bitten Ihnen eine Zusammenarbeit an. Bei uns, Sie bekommen einen Anspruch mit unserer Finanzanalytiker und Sie, ja, unsere Finanzanalytiker erstellt eine individuelle Strategie für Ihr Einkommen. Okay. Geht so? Okay, super. Dann noch habe ich ein paar Fragen. Was machen Sie jetzt beruflich? Ja, ich wüsste nicht, was Sie das jetzt angeht. Ich weiß ja auch nicht, was Sie so machen. Ich weiß über Ihre Firma noch gar nichts und Sie fragen nach meinem Beruf. Ja, das funktioniert so. Ich bin Accountmanagerin. Ich helfe Ihnen, einen Account bei unserer Trading-Plattform zu aktivieren. Aber Sie können nicht bei uns ein Handelskonto geöffnet werden. Haben Sie verdient weniger als 1.000 Euro? Dann andere Frage. Verdienen Sie mehr als 1.000 Euro pro Monat oder weniger? Natürlich mehr. Mehr. Okay, super. Ja, dann geht so. Und haben Sie Kredite? Das geht Sie ja nun auch nichts an. Das geht Sie nichts an. Das ist privat. Und das bleibt privat. Ja, ich weiß. Okay, dann andere Frage. Wenn haben Sie einen Kredit, dann nach Ihrer Kreditanzahlung haben Sie mehr als 1.000 Euro oder weniger? Wie gesagt, was mit Krediten ist, das geht Sie nichts an. Aber machen wir es doch mal umgekehrt. Erzählen Sie doch erstmal, stellen Sie mir mal nicht so viele Fragen, sondern erzählen Sie doch mal was über Ihre Firma. Wenn möchten Sie einen Handelskonto bei uns veröffnen, dann sind das sehr wichtig für uns die Information, weil Sie noch Verifikation gehen müssen. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Ihnen investieren möchte. Ich möchte ja erstmal wissen, was Ihre Firma ist, was sie leistet. Unsere Firma, ja, das ist eine Trading Plattform. Das ist Online Investitionen. Ja, und wie heißt diese Trading Plattform? Unsere Firma heißt IP Capital Investment. Wie bitte nochmal? Kleinen Moment bitte. Unsere Firma heißt IP Capital Limited. IP, wie schreibt sich das? Capital Limited. IP Capital Limited. Deutsches Capital oder Englisch geschrieben? Ja, vielleicht lassen Sie mich einfach mal ausreden. Englisch geschrieben, das Capital oder das deutsche Capital? Ja, das ist der Name auf Englischsprache. Capital C, erste Buchstabe ist C. IP Capital und weiter? IP Capital Limited. Limited. Das ist Ihre Webseite, Ihr Portal? Ja, könnten Sie schauen. Können Sie im Internet gefunden. Limited? Li-mi-ted. Und dann Punkt.de oder? Ja, und raus. Hallo? Ja, spreche ich mit dem Karl. Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Mit Karl. Karl. Karl? Ja, mit dem Nachnamen bitte. Da steht Mehlsacksklopfer. Ja, das ist richtig. Ah, spreche ich mit Ihnen? Ja. Ja, super. Mein Name ist Markus Wielert. Ich bin Account Manager von Investment Formen, Trading Partners und so weiter. Was, und so weiter? Wie heißt die Plattform und so weiter? Nein, ich habe gesagt, ich bin Account Manager von Trading Plattformen für Investment, Trading und so weiter. Ah, okay, und für welche dann? Was für welche? Für welche Plattformen? Also ich bin von IPGate und Ihre Anfrage kam über Bitcoin ab. Okay. Gut, aber ich möchte gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Also IPGate, das ist Ihre Plattform. Genau. Die IPGate. 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 Und dann die Endung, .de? Ja. IPGate.de. Na, dann versuche ich doch mal die Seite aufzurufen. Nee. Wird nicht aufgerufen. Kann aber auch kommen sein. Ach, Sie wissen Ihre eigene Webseite nicht? Nee. Ich bin nur der Typ der Anruf. Das ist ja auch peinlich, wenn Sie Ihre eigene Webseite nicht kennen. Also das brauche ich die schon. IPGate.de. IPGate.de. Punkt. Punkt. Draht. Na gut, dann geben wir das mal ein. So. Haben Sie es? Ja, ich versuche gerade aufzumachen. Sieht nicht gut aus. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das. Okay, gut. Ist doch schön. Gut. So, und was ist nun der Grund Ihres Anrufs? Mein Grund meines Anrufs ist, dass ich, beziehungsweise unsere Firma eine Anfrage von Ihnen bekam, die Ressource ist über Bitcoin abbekommen. Also Bitcoin ob steht hier als sowas. Mhm, okay. Am 23.01. so gegen 14.22 Uhr. Gut, und das war der Grund Ihres Anrufs, um mir zu bestätigen, dass ich eine Anfrage gestellt habe. Nee, das war nicht meine Absicht. Meine Absicht war, ob Sie ein Handelskonto aktivieren wollen. Ich wollte Ihnen ja nicht sagen, dass Sie eine Anfrage geschickt haben. Meine Frage ist, ob Sie eins aktiviert haben wollen. Ja gut, aber dazu weiß ich über Ihre Firma ja noch gar nichts. Naja, alles was Sie wissen müssen, sehen Sie auf der Seite. Nee, ja, jetzt habe ich Sie doch am Telefon, dann können Sie mir das sicherlich auch erklären. Ja, bei uns, beispielsweise IPG Trade oder wie es heißt, oder was da beziehungsweise steht, kann man einfach nur ein Handelskonto öffnen und man kann auf Bitcoin, Erdgas, Öl, was auch immer investieren. Ah ja, okay, das war nämlich die nächste Frage. Genau. Also man kann auf alle möglichen Rohstoffe zum Beispiel auch handeln, sozusagen. Ja. Okay, gut, okay. Dann ist die Frage noch, wo sitzt Ihre Firma? Meine Firma sitzt in London. Ah, in London, okay. Gut, okay. Das ist ja schon mal gut. Und wo in London sitzen Sie da? Wie bitte? Wo in London sitzen Sie da? In London, in einem Office. Ja, das ist mir schon klar, die Adresse hätte ich gerne. Warum sollten Sie meine Adresse wissen wollen? Ja, weil, wenn ich mit Ihnen handele, muss ich doch auch wissen, wo Ihre Firma sitzt. Ja, Herr Karl, ich frage Sie ja nicht, ich frage Sie nicht nach Ihrer Adresse. Ich will ja auch Ihre Firmenadresse, nicht Ihre Privatadresse. Erstens, brüllen Sie mich nicht an. Ich brülle noch gar nicht, Sie haben mich noch nicht brüllen hören. Ja, will ich auch nicht. Ja, siehst du also. Obwohl, er hat eine bessere Situation, als mich anbrüllen zu lassen. Ja eben, deswegen brülle ich auch nicht. Na, ist doch gut. Ja, so, und wie ist nun die Adresse Ihrer Firma? Muss ich ja nicht sagen. Wenn Sie Kunden haben wollen, sollten Sie das sagen. Ah, Kunden gibt es hier schon sehr viele. Ja, das ist ja schön. Aber wenn Sie Ihre Adresse nicht sagen, werde ich mit Sicherheit bei Ihnen nicht investieren. So viel ist mal klar. Irgendwie sagt es mir, Herr Karl, dass Sie, auch wenn ich die Adresse sage, nicht investieren werden. Na, ich habe, wie gesagt, bevor ich bin Investor und wenn ich investieren will, muss ich wissen, ob diese Firma seriös ist und deswegen brauche ich Informationen. Die Information wäre die beispielsweise, ich erzähle es Ihnen ganz in kurzen Worten, Sie würden beispielsweise ein Handelskonto eröffnen. Sie würden mir sozusagen, wie alt Sie sind, ob Sie Schulden haben, monatliches Einkommen. Danach würde der Finanzberater mit Ihnen in ein bis zwei Tagen Kontakt aufnehmen und der Finanzberater würde für Sie dann ein Konto auf dieser Seite IP-Gateway aktivieren und würde mit Ihnen dann Ihren individuellen Finanzplan entwickeln. Okay, aber das sind nicht die Informationen, die ich will. Ich möchte die Adresse haben, ich möchte wissen, über wen Sie reguliert sind. Das sind sehr viele Fragen, muss ich schon sagen. Ja, natürlich, das sind die wichtigen Fragen, die man als Investor stellt. Ich bin ja kein Investor. Ich aber. Das ist doch schön. Ja, und Sie können Ihrem Investor also keine Fragen beantworten? Ja, solche, sage ich mal, Fragen kann ich nicht beantworten, weil ich nur wieder tief am Telefon bin. Ja gut, aber das hilft ja dann, das hilft mir ja dann nicht weiter. Dann verbinden Sie mich doch mit jemandem, der mir die Fragen beantworten kann. Kann ich gerne machen. Ja, gut. Haben Sie nicht die Gründe? Natürlich. Und schon ist er raus. Wiedersehen. Alle. Ja. Ja. Vielen Dank.